Vermeide diese fünf fatalen Fehler, sonst wird dein Lead-Magnet dir niemals einen zahlenden Kunden bringen. Hi, mein Name ist René und in diesem Video geht es um Lead-Magneten. Und ich werde dir heute erklären, wie du Lead-Magneten generierst, die dir wirklich zahlende Kunden bringen. Das, was nämlich viele im Markt haben, ist, dass sie einen Lead-Magnet haben. Der generiert zwar Leads, aber aus diesen Leads werden nie zahlende Kunden. Und das liegt einfach daran, dass ganz viele Marketer, die da draußen dir erzählen, wie ein Lead-Magnet funktioniert, keine Ahnung haben und wirklich scheiße erzählen. Und ich möchte heute damit aufklären. Ich werde dir also heute die drei größten Denkfehler sagen, die Marketer draußen so streuen, die aber absoluter Bullshit sind. Wir haben in den letzten Jahren über 500 Projekte gemacht und glaub mir, ich weiß, wovon ich rede, wenn ich dir sage, wie ein Lead-Magnet eigentlich funktionieren muss. Ich werde dir danach auch die vier wichtigsten Steps in deinem Funnel-Prozess erklären, die dafür sorgen, dass aus einem Lead wirklich ein Kunde werden kann. Und last but not least natürlich die fünf fatalen Fehler, die dafür sorgen, dass wenn auch du nur einen einzigen davon machst, sofort kein Kunde mehr am Ende bei dir kauft. Du musst also wirklich alle diese Fehler vermeiden und ich werde dir auch genau die Strategien geben, wie du das machst. Starten wir durch mit den schlimmsten Denkfehlern, die verhindern, dass Kunden, die dein Lead, also das Lead-Magnet, Interessenten zu Kunden werden. Starten wir durch mit den Punkt 1. Das, was viele im Markt sagen, erstelle einfach, schnell, am besten mit KI, ein einfaches PDF und raus damit. Es geht ja nicht um die Qualität, es geht nur darum, dass du jetzt etwas hast. Mach einfach die sieben schlimmsten Fehler, die fünf besten Tipps, eine Checkliste aus deinem Best Practice und fertig. Oder mache einfach einen kleinen Videokurs. So ein kleines Produkt. 19 Euro, 9 Euro, 29 Euro, 27 Euro, die heilige sieben. Hauptsache irgendein kleines Produkt und der Kunde kauft etwas. Oder nutze doch einfach ein Webinar als Lead-Magnet. Und nichts könnte falscher sein als genau das. Das Symptom, wenn du eine dieser Sachen machst, ist folgendes. Du generierst Leads. Ich habe nicht gesagt, dass du keine Leads generierst. Du wirst damit immer Leads generieren. Es gibt immer Leute, die sich das runterladen, die faul genug sind, nicht zu recherchieren, etc. Aber du überzeugst niemanden damit. Das heißt, diese konvertieren nie oder sehr schlecht. Und das ist ja nicht das, worum es geht. Du willst ja einen Lead-Magneten, um dir eine Neukunden-Pipeline aufzubauen. Und dann stehen viele da und wissen nicht, woran es liegt. Und denken, ihr E-Mail-Marketing oder ihr Funnel hintendran oder ihre Verkaufsgespräche, alles ist schlecht. Also sie denken überhaupt nicht, dass es am Lead-Magneten liegt. Aber das ist eigentlich das wahre Problem. Wenn du einen Lead-Magneten vermarktest, dann musst du danach vier Schritte machen. Und auch diese vier Schritte sagen ganz viele im Markt so dir leider nie. Schritt Nummer eins. Was also passiert nach der Eintragung? Als allererstes verschenkst du einen weiteren Bonus. Du hast richtig gehört. Jemand trägt sich zum Lead-Magneten ein. Und jetzt gibst du als Topping ein Bonus obendrauf, mit dem der Gegenüber nicht rechnet. Und auch der muss richtig gut sein. Und idealerweise machst du das über einen anderen Kanal. Das heißt, ein Lead trägt sich bei dir ein. Und vielleicht bist du mutig und fragst nicht nur die E-Mail-Adresse ab, sondern auch E-Mail-Adresse, Name und die Telefonnummer. Ja, es werden natürlich weniger Leads, wenn du mehr abfragst. Aber ganz ehrlich, die Leads, die jetzt wegbleiben, weil sie irgendwas angeben müssen, die willst du eh nicht, weil die wollen eh nichts kaufen. Also die Leute, die so inkognitur bleiben wollen, die werden später nie Kunde. Von daher frag einfach am Ende, am Anfang den Namen, die E-Mail-Adresse und die Telefonnummer ab. Und dann kannst du bei der Telefonnummer auch sagen, es gibt ein kleines Geschenk on top. Und dann schickst du den Lead-Magneten per E-Mail raus und das Bonus per WhatsApp. Und dann kannst du auch in der E-Mail sagen, Mensch, den Bonus per WhatsApp hast du jetzt bestimmt bekommen. Freut mich, wenn er dir auch gefällt. Und dann merken Leute, ah, du meinst Dinge ernst. Und die tragen sich danach gleich nochmal ein mit richtiger Telefonnummer, weil sie vorher nämlich eine falsche angegeben haben. Deswegen, der Lead-Magnet ist ein Part, der Bonus ist das Topping und der kommt zusätzlich dazu. Das heißt, es stärkt diesen Wow-Effekt, den jemand hat, wenn er mit dir zu tun hat. Du willst ja einen Wow-Effekt bei dem Gegenüber erzeugen und das machst du genau so. Nach dem Bonus kommt die Sales-Mail-Serie. Das heißt, du fängst dann natürlich an, in den Verkauf zu gehen. Und hier sind auch ein paar Sachen ganz wichtig. Du wirst jetzt nicht erst über Monate Vertrauen aufbauen. Und nein, du solltest auch jetzt nicht den 19-Euro-Videokurs verkaufen. Es gibt nämlich im Grunde zwei große Menschengruppen, die sich bei dir den Lead-Magneten holen. Die einen sind kaufbereit und wollen eigentlich sofort die Lösung. Und die anderen sind nicht kaufbereit und wollen sich aber mit dem Thema beschäftigen und wissen, ob du wirklich was auf dem Kasten hast. So, die erste Gruppe, die will die richtige Lösung und nicht so eine kleine abgebrochene. Das heißt, wenn du den kleinen Videokurs verkaufst für 19 Euro und dieser kleine Videokurs löst das Problem, warum sollte diese Person dann mehr bei dir kaufen? Umgekehrt, angenommen dieser kleine Videokurs löst nicht das Problem, warum sollte diese Person dann mehr bei dir kaufen? Und das ist genau das Problem. Das heißt, wenn jemand sich bei dir einträgt, kommst du nach dem Bonus auf eine Sales-Mail-Serie. Und ja, du pitchst direkt dein Produkt, wenn du es verkaufen kannst, oder ein Strategiegespräch, wenn es Sinn macht, vorher nochmal eine Beratung zu haben. Das heißt, Eintragung und sofort aufs größte Produkt. Und wenn die Person danach das Produkt nicht kauft, kannst du danach auf kleinere Produkte gehen. Aber die Reihenfolge beachten, erst das große, dann die kleinen. Wenn du die Möglichkeit hast, solltest du natürlich die Person, die sich bei dir eingetragen haben, auch kontaktieren. Da geht es nicht darum, jetzt sofort was zu verkaufen, sondern einfach mal zu fragen. Hast du den Inhalt konsumiert, wie hat er dir gefallen, was hat es dir gebracht, was sind gerade deine Herausforderungen? Und das Ganze passiert innerhalb der ersten 10 bis 12 Tage. Und wenn du es richtig machst, dann kriegst du in der Regel 10% der Leads, die sich vorne bei dem Lead-Magneten eintragen, konvertiert. Und das ist der Hammer. Und wenn du es richtig machst, dann ist das halt mehr als die Anfrage. Das Problem ist, dass ganz viele einfach auf diese 10% niemals kommen. Wir haben sogar Kunden, die kommen auf 15 oder 20%. Es geht also mehr, aber ich glaube, der Schnitt von 10 ist absolut realistisch für jeden, wenn man den Lead-Magneten richtig gestaltet. Und hier liegt es nicht daran, ob dein E-Mail-Marketing bis in den letzten Ecken ausgefeilt ist. Es geht darum, dass dein Lead-Magnet überzeugt. Wenn dein Lead-Magnet so gut ist, dass du ihn verkaufen müsstest, wird er für dich verkaufen. Step Nummer 3. Was passiert nach dem Sales-Funnel mit all den 90%, die jetzt im Verteiler übrig bleiben und noch nicht gekauft haben? Erstmal gar nichts. Auch wichtig. Die haben ja den Lead-Magnet und sie haben auf das Angebot, was du machst, nicht reagiert. Also geben wir denen eine kurze Pause. Und danach starten wir erst durch mit einer neuen E-Mail-Serie. Und diese neue E-Mail-Serie kannst du zum Beispiel so aufbauen, dass du sagst, du hast zweimal am Monat eine dreiteilige E-Mail-Serie, die du versendest. Und diese E-Mail-Serie hat ein spezielles Framework. Die arbeitet grundsätzlich nach dem Thema Top-Off-Funnel, Middle-Off-Funnel, Bot-Off-Funnel. Das heißt, du wirst immer wieder mit einem neuen Problem-Angle die Leute abholen und dazu führen, dass du eine Lösung dafür hast. Und wenn du das richtig machst, dann kannst du in den nächsten 18 Monaten, jetzt geht es um den Marathon hinten raus, in den nächsten 18 Monaten weitere 25 bis 35% konvertieren. In der Tiefe der Liste liegt also das Gold und du musst schürfen. Aber du musst klug schürfen, nicht einfach nur Angebote rausballern, sondern du musst den Leuten halt immer wieder über einen Problem-Angle einen Grund geben, mit dir reden zu wollen. Das sind die vier Steps, die passieren. Last but not least schauen wir uns noch die fünf fatalen Fehler an, die dafür sorgen, dass einfach bei dir nichts im Nachgang passiert. Der Sprung von Lead-Magnet auf das Produkt, der sollte möglichst klein sein. Was heißt das genau? Wenn du ein Coaching anbietest, zum Beispiel ein Online-Coaching, dann macht es absolut gar keinen Sinn, am Anfang eine Grafik oder ein PDF anzubieten. Weil, wenn ich mir das PDF runtergeladen habe, dann habe ich vielleicht was von deinem Content, aber ich weiß ja noch gar nicht, wie klingst du denn eigentlich? Macht es Spaß, mit dir zu arbeiten? Wie ist deine Stimme? Wie ist deine Körpersprache? Sind wir uns möglicherweise grün oder nicht? Das kriegst du über ein Video sehr gut raus. Das heißt, wenn es von dir keine Videos im Netz gibt und du an sich auch so nicht präsent bist und du hast jetzt ein PDF als Lead-Magnet, dann hat die Person keine Chance, dich zu erleben und ist vom Kauf immer noch sehr weit entfernt. Mach doch einfach dann lieber einen Lead-Magnet, der nah am Produkt dran ist, sodass der Sprung von Lead-Magnet zu Kauf eigentlich eine logische Konsequenz ist. Wenn du einen Videokurs verkaufst, solltest du den ersten Teil oder einen Teil aus dem Videokurs als Lead-Magnet benutzen. Wenn du physische Produkte verkaufst, hast du idealerweise die Möglichkeit, ein Testprodukt zu verschenken. Das ist nah am Produkt dran. Wenn ich jetzt eine Eisdiele hätte, würde es überhaupt gar keinen Sinn machen, wenn ich rausgehe und dir ein italienisches Wörterbuch gebe und sage, hier, lies doch mal ein bisschen Italienisch und übrigens, ich habe ein Eisdiele da hinten. Fällt auf, ist total sinnlos. Aber ganz viele machen es. Also, dein Produkt sollte so nah, dein Lead-Magnet sollte so nah wie möglich am Produkt sein. Und auch hier, bitte mache keinen generischen Content. Alle, die sagen, generiere schnell ein PDF mit ChatGPT, die haben das Thema nicht verstanden. Wenn ich einen Lead-Magneten konsumiere und der Inhalt aus dem Lead-Magnet ist das gleiche, was ich kriege, wenn ich die Suchanfrage bei Google eingebe oder wenn ich ChatGPT frage. Das heißt, du gibst mir nichts anderes als das, was ich eh kostenfrei lesen kann. Dann werde ich im Nachgang nicht konvertieren, weil der Lead-Magnet mich persönlich nicht überzeugt, dass du was auf dem Kasten hast. Weil das, was du kriegst, habe ich auch gefunden. Ich trage mich ja ein, weil ich eine Lösung haben will, die ich nicht im Netz finde. Weil ich eine Lösung haben will, die eben nicht von ChatGPT kommt. ChatGPT benutzen kann ich auch selber, dafür brauche ich dich nicht. Das heißt, du musst mir schon irgendwo ein bisschen Hoheitswissen rausgeben, was für mich wirklich ein Merker ist, ein Augenmerk ist, wo ich sage, wow, so habe ich das noch nie gesehen. Danke dafür. Idealerweise änderst du ein Stück weit meinen Glaubenssatz. Das muss also einen Wow-Moment geben und dein Content muss exklusiv sein. Alles andere packst bitte nicht in einen Lead-Magneten. Daraus kannst du einen Blog-Beitrag machen oder einen Artikel bei LinkedIn, völlig in Ordnung. Und der Lead-Magnet muss bitte dein bester Content sein. Das heißt, auch hier macht es keinen Sinn, irgendwie die Hälfte der Wahrheit zu erzählen und dann noch ein paar Sachen zurückzuhalten, weil du sagst, ich muss ja später noch was verkaufen. Dein Lead-Magnet muss so gut sein, dass du Schmerzen hast, ihn kostenfrei rauszugeben. Das ist der richtige Ansatz und das richtige Mindset auch dazu. Nur wenn dein Lead-Magnet so gut ist, dass du ihn verkaufen könntest, wird dein Lead-Magnet für dich verkaufen. Wichtig auch, was ganz viele falsch machen, die Menge. Dein Lead-Magnet soll die Leute nicht erschlagen. Und ganz ehrlich, ein kostenfreier Lead-Magnet mit einem Videokurs, der zwölf Stunden geht, ist nicht kostenfrei. Der hat für mich Opportunitätskosten. Und wann habe ich denn Zeit, zwölf Stunden Videomaterial zu gucken? Also da musst du mich vorher schon sehr, sehr überzeugen, dass ich mir zwölf Stunden Videomaterial angucke. Und ich glaube, dass deine Kunden, vermeintlich Geschäftsführer, Geschäftsführerin oder Führungskräfte, auch keine Zeit haben. Das heißt, denk doch mal drüber nach, dass du die Dinge so knapp runterbrichst, dass die Leute innerhalb von einer Stunde alles bekommen. Oder noch schneller. Umso besser. Es gibt auch gute PDFs, aber dann bitte nicht über 60 Seiten. Weil, was passiert, wenn ich ein PDF von dir bekomme mit 60 Seiten oder einen Videokurs mit zwölf Stunden Videomaterial? Wenn du mir danach eine Anfrage stellst, ob ich bei dir was buchen würde, sage ich, Moment mal, ich habe noch nicht mal den Lead-Magneten fertig. Und weißt du was? Ich werde den nie fertig haben. Die meisten Videokurse werden nämlich nicht konsumiert. Es geht also darum, dass die Leute, die es konsumieren, ein geiles Gefühl kriegen, geilen Eindruck und danach sagen, wow, echt Expertin oder Experte, mit der muss ich mehr machen. Und umgekehrt, die Leute, die es nicht konsumieren, kein schlechtes Gewissen haben, weil sie irgendwie ganz viel von dir bekommen haben, aber noch nichts davon angeschaut haben. Die sind im Prinzip paralysiert und werden deswegen nicht Kunde. Das heißt, es geht nicht um die Menge, also zu viel schadet, mach lieber weniger. Und es geht ja nicht darum, dass du alle Probleme auf diesem Planeten löst mit dem Lead-Magneten. Ganz im Gegenteil. Es geht darum, dass du ein kleines, spezifisches Problem sofort und vollständig löst und durch diese Lösung des kleinen, spezifischen Problems wird das große Problem dahinter erstmal sichtbar. Und dafür hast du dann dein Verkaufsgespräch. So machst du einen Lead-Magneten, der dir nicht nur Leads bringt, sondern auch wirklich Kunden. In den nächsten Videos werde ich dir auch erklären, wie du dann das E-Mail-Marketing ganz genau aufsetzen kannst und welche Dinge du hier rechts und links noch weiter beachten solltest. Die Videos verlinke ich dir direkt im Abspann. Und wenn dir das Video schon mal gefallen hat, abonniere meinen Kanal, dann kriegst du nämlich in Zukunft mehr von diesem geilen Stoff. Bis dann! Alles geht wie von allein Marketing-Magie Mit Automatisierung so weit